willkommen zu unserem heutigen video und eine der coolsten funktionen in sharepoint die es gibt und zwar die möglichkeit im gesamten team bilder zur verfügung zu stellen einerseits mit dem bereich ihre organisation damit hat jeder user wenn ich es korrekt berechtige zugriff auf diese bilder kann sie abrufen wenn ich hier einmal drauf klicke sehen wir nun hier eine kleine übersicht an bildern nichts spektakuläres aber jedes mitglied meiner organisation kann hier drauf zugreifen und das was eigentlich schon mehr standard ist ich kann auch über die websites bilder meinem team zur verfügung stellen das greift aber nicht unternehmensweit wir schauen uns zuerst einmal an wie man bilder teamweit zur verfügung stellt dann auch noch mal wie man sie organisationsweit zur verfügung stellt bei den organisations weiten bildern brauchen wir allerdings administrationsrechte sharepoint admin reicht vollkommen aus global admin wird nicht benötigt wir beginnen einmal in einem team wo nicht ganz so viel los ist und hier können wir einfach auf die website inhalte gehen und nun können wir hier diese parameter dafür nutzen die dem unternehmen zur verfügung zu stellen am einfachsten ist es wenn wir das über die dokumente machen oder website objekte wichtig dabei ist dass wir eine dokumenten bibliothek haben dann können wir das ganze auch nutzen und anderen zur verfügung stellen dafür wenn wir jetzt einmal eine neue dokumenten bibliothek erstellen die nennen wir bilder in der navigation müssen wir sie nicht mit einbinden auf erstellen klicken das war's nun laden wir auch schon das erste bild hoch ein bild reicht für testzwecke vollkommen aus bild ist hochgeladen wir kontrollieren das ganze einmal dafür erstellen wir ein neuigkeiten beitrag wählen uns eine vorlage aus und nun können wir über bild ändern hier sehen wir jetzt einmal die organisationsweiten bilder und wenn ich jetzt auf website springe haben wir hier den ordner bilder gehen da rein und können nun das bild was wir eben eingefügt haben nutzen dieses bild kann nun jeder nutzen der mit uns zusammen die sharepoint seite schulungsvideos bearbeiten kann hier müssen wir jetzt keine großartigen und stücke vollführen jeder user sollte imstande sein dieses durchzuführen um bilder seinem eigenen team zur verfügung stellen zu können schauen wir uns jetzt einmal an wie das bei den organisationsweiten bildern ausschaut dort ist das nämlich ein wenig komplizierter denn wir benötigen wieder powershell befehle dieses skript schon soweit vorbereitet werde ich euch auch in der infobeschreibung noch mal zur verfügung stellen wir gehen es jetzt einmal gemeinsam durch damit ihr ganz genau wisst was ihr tun müsst um die bibliothek unternehmensweite zur verfügung zu stellen zunächst einmal haben wir hier oben den bereich install modul also wenn ihr das sharepoint modul noch nicht installiert habt könnt ihr das mit dem befehl durchführen im anschluss haben wir einmal die verbindung zu unserem eigenen sharepoint admin server da müsst ihr eure persönliche url eintragen und im nachgang müsst ihr euch anmelden mit dem entsprechenden user der minimum sharepoint admin berechtigung haben sollte im anschluss können wir hier auch noch mal das modul updaten vielleicht gibt es schon was neues und der nächste part ist einmal zu prüfen gibt es schon bibliotheken oder gibt es noch keine die gucken wir uns jetzt einmal an und wie ihr hier unten sehen könnt habe ich auch schon zwei bibliotheken hinterlegt somit ist es auch möglich mehr als nur eine bibliothek zu hinterlegen wir können bis zu 30 bibliotheken hinterlegen wozu diese gewaltige menge ganz einfach jede bibliothek können wir mit bestimmten berechtigung ausstatten das heißt wir können eine bibliothek erstellen wo jeder zugriff drauf hat dann eine bibliothek wo nur bestimmte bereiche zugriff drauf haben das ganze können wir schön kleinteilig aufbauen aufsetzen wichtig ist dass ihr hier allerdings in derselben hierarchie unterwegs seid dieselbe sharepoint seite nutzt dann ist das alles machbar schauen wir uns aber nach dem powershell befehl nochmal explizit an wie das ganze funktioniert und wie das mit den berechtigungen ausschaut dann haben wir als nächstes den befehl dass eine sharepoint bibliothek erstellt werden soll wir haben hier die url das ist einmal mein tenant name und dann die site assets die bekommen wir wie folgt ich bin nun hier auf meiner seite wir müssen uns einmal website inhalte anschauen und das erste was ich habe ist webseiten objekte wenn ich hier drauf gehe habe ich hier oben die url orms und all terms nehmen wir nicht mit wir gehen wirklich nur ihr das s habe ich vergessen ihr diesen markierten bereich nehmen wir uns wir haben auch noch eine andere bibliothek das sind die bieber bilder wenn ich hier einmal reingehe wird es ein wenig eindeutiger wir nehmen diesen bereich mit hinten den letzten backslash dürfen wir nicht mitnehmen wenn euer befehl fehlerhaft läuft dann schaut euch einfach mal an ob ihr hinten das zeichen drin habt oder nicht der zweite befehl ist das thumbnail also diese kleine vorschau bildchen was ihr im vorfeld seht wenn ihr euch hier eure entsprechende url heraus kopiert habt ob ihr diese hier einfach mit hinein und fügt dann am ende den namen des bildes ein welches auch hinterlegt ist wenn ihr einen unterordner habt solltet ihr hier zwischen auch noch den unterordner schreiben damit das dann auch funktioniert ansonsten einfach nach dem slash den bildernamen punkt und dann endung ob es ein jpeg oder npg ist wenn ihr mehrere bibliotheken einbinden wollt kopiert ihr diese url diesen befehl fügt ihn einfach darunter noch mal ein ersetzt dann entsprechend die benahmung des ordners und eures thumbnails wenn ihr es möchtet und das war es dann auch schon wir führen das ganze jetzt einmal aus wenn diese abfrage kommt müsst ihr im endeffekt ja drücken wenn ihr nicht ganz genau wisst was die tenant cdns sind dann googelt einmal danach informiert euch und entscheidet dann ob ihr ja drückt oder nicht wenn ihr allerdings nicht ja drückt kommt ihr hier nicht weiter deswegen für beide führe ich das jetzt einmal durch gut ich bekomme hier einen fehler ausgeworfen weil ich die natürlich schon eingebunden habe das wird mir jetzt hier auch gesagt und nun ist es so bei einem tenant hatte ich die bibliotheken fünf sekunden nachdem ich den befehl ausgeführt habe bei einem anderen tenant musste ich bis zu fünf minuten warten hier müsst ihr dann schauen eventuell müsst ihr ein wenig geduld mitbringen wenn ihr eine bibliothek löschen wollt nicht mehr benötigt nutzt den befehl remove und dann nochmal die url und hier hinten würde ich jetzt entweder die site assets nehmen wenn ich diese löschen möchte oder die biba bilder wenn ich die entsprechend löschen möchte und dann könnt ihr auch eine bereits erstellte bibliothek komplett wegnehmen so dass sie nicht genutzt werden kann das war es jetzt zu den befehlen bringen wir noch einmal hier rein und wir gehen einmal zurück in diesen bereich denn schauen wir uns jetzt einmal hier die bilder an wenn wir auf die einstellungen gehen haben wir hier die möglichkeit zu sehen berechtigung für dokumenten bibliothek dort gehen wir einmal drauf auf und können nun hier die entsprechenden berechtigung sehen voll zugriff lesen und bearbeiten hier sind es die einfachen hier haben wir besucher und besitzer die dann entsprechend auch berechtigt sind wir schauen uns jetzt einmal die mitglieder an denn ich möchte ganz genau wissen wer hier etwas bearbeiten kann und auf die inhalte zugreifen kann dort einmal draufklicken und wenn ich hier reingehe sehe ich nun jeder außer externe benutzer können auf die bilder zugreifen sie nutzen organisationsweit einbinden in ihre sharepoint seiten ohne dass ich noch vorher was konfigurieren möchte wenn ihr also so ein ordner angelegt habt vergewissert euch einmal dass die berechtigungen richtig und sauber vergeben sind nicht dass sich dann die personen beschweren dass sie nicht auf die bilder darauf zugreifen können es sei denn es sind jetzt wirklich bilder die ihr speziell berechtigen wollt oder müsst dann könnt ihr natürlich auch hier die berechtigung anpassen den leuten die berechtigung entziehen und zum beispiel den lesenden zugriff ebenfalls entfernen schauen wir uns jetzt noch mal eine sharepoint seite an bei der keiner der eben gezeigten möglichkeiten umgesetzt wurde eine wirklich unverbrauchte gruppe gehen wir jetzt hier einmal in den jämmer bereich erstellen ein beitrag öffnen die seite bearbeiten einmal das bild und hier haben wir den punkt ihre organisation das ist das was wir eben über powershell durchgeführt haben das steht zur verfügung und wenn wir auf die websites gehen haben wir hier nur die dokumente hier haben wir jetzt allerdings leider keine bilder hinterlegt also wenn ihr nicht aktiv werdet ist im bereich der websites für euer team im standard nichts verfügbar das müsst ihr selbstständig durchführen wenn ihr die möglichkeit habt über powershell selbst durchzuführen oder jemanden er euch diese kurzen befehle eintippt dann habt ihr die möglichkeit für eure komplette organisation jeder mitarbeiter auch auf die berechtigungsebene runtergebrochen einzustellen wer auf bilder zugreifen darf und wer nicht genau was